Hallo, Internet, Tagebuch, Montag, 3.15 Uhr in der Früh. Die Zerfallszeit des menschlichen Körpers beträgt einen Umfang. Ja, ein Umfang, umfangreiche Zerfallsprozesse, die einerseits sehr gut sind, weil sie Platz schaffen, andererseits sehr unangenehm sein können. Wenn so das Ich zerfällt, aber es will ja am Leben bleiben, aber irgendwas zerfällt, dann ist so ein Widerstand da. So wie nicht einschlafen wollen, du schläfst jetzt. Schlaf jetzt, also schlaf jetzt, die Schlafwelle, es zieht immer eine Schlafwelle über den Planeten. Ja, nur eine Vorstellung, aber wenn es so Abend wird in Deutschland, kommt so die Schlafwelle und langsam schlafen recht viele so ein, werden so wie diese Dominosteine kippen, die dann so um, dann schlafen sie und dann kommt wieder die Aufweckwelle am Morgen und dann stehen sie wieder so auf, müssen so lange rum gehen und sitzen, bis dann wieder die Einschlafwelle kommt. Das ist auch Teil von dem Zerfall. Also, ich weiß nicht, wie oft schläft man, 3000 Mal, 6000 Mal, 9000 Mal, 30 Jahre, 12.000 Mal. Okay, wenn man sagt, 24.000 Mal schlafen, Unfall von der Welle so umgeschmissen werden, 20.000 Mal im Schnitt, weiß nicht, vielleicht waren es auch mal nur 10.000 Mal umgeschmissen werden und dann nicht mehr aufstehen. Einfach liegen bleiben und dann ist der Zerfall, der geht dann noch schneller. Doch, solange der Zerfall noch nicht so voll ist, dass der Körper nicht mehr sichtbar ist, oder dass die Ich-Energie, die Energie raus ist und der Körper halt jetzt dann nur einfach so zerfällt, so völliges Unbewusstsein und nichts mehr Wissen da ist. Aber irgendwas, es ist ja eine Zerfallsenergie da. Oder eine Energie, wie die Mikroorganismen und die Bakterien, die ja helfen, dass der Zerfall schön vonstatten geht. Wobei manchmal war das so dann diese Idee von so verrückten, wir mumifizieren unsere Leute. Doch nicht zerfallen. Nicht ganz so schnell. Vielleicht nach paar tausend Jahren. Was für ein Wahnsinn. Also. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. it